Cool, dass du hier im Video Nummer 2 angekommen bist und vorab die Frage, hast du dir unten auf der Webseite denn schon unser Lifestyle-Magazin da umgelautet? Weil das gibt dir nochmal wirklich einen schönen Einblick, Hintergrund in die ätherischen Öle, in die Welt, all das, was die Öle können, wie sie uns auf unserem Weg begleiten können. Immer wieder wird die Frage gestellt, wer sind die Eulauers, was ist der Hintergrund? Es ist relativ einfach erklärt. Vor gut sieben Jahren habe ich die Öle kennengelernt. Sie haben ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und zwar auf den unterschiedlichsten Ebenen. Nicht nur emotional, nicht nur im Umgang mit vielen Menschen, sondern auch meine berufliche Perspektive hat sich komplett gewandelt. Und dieses Thema hat mich so fasziniert, dass ich irgendwann tatsächlich entschieden habe, hauptberuflich diese Öle den Menschen näher zu bringen. Übrigens, daraus entstanden ist auch meine neue Partnerschaft zur Maxi vor gut zweieinhalb Jahren. Wir haben uns über die Öle über einen Vortrag kennengelernt. Und ja, auch das kann passieren, wenn du offen bist für Veränderung und Lust hast, tatsächlich dich weiterzuentwickeln. Mittlerweile sind wir viele Tausende von Menschen, die diese Idee der Öle, den Nutzen der Öle mit anderen Menschen teilen. Entstanden ist das aus dem Gedanken, als vor gut 25 Jahren der Gründer des Unternehmens Young Living entschieden hat, diese Öle nicht irgendwo über den Laden anzubieten, sondern einen modernen Weg zu wählen über den Direktvertrieb, praktisch vom Hersteller zum Kunden direkt in der modernsten Form, nämlich über das Network Marketing. Das heißt, wir überbringen heute sozusagen die Informationen dieser Öle zu den Menschen. Und jeder kann frei entscheiden, ob er Lust hat, die Öle in sein Leben hineinzuholen, sie auszuprobieren und sie letztendlich auch zu einem festen Bestandteil seines Lebens zu machen. Alles kann, nichts muss, das ist immer die Devise. Das ist auch der Grund, warum dieses Unternehmen seit 25 Jahren so erfolgreich ist, Millionen von Kunden hat und wir auch hier in Europa einfach dieses große Glück haben, die Öle einfach haben zu dürfen. Das ist das Besondere, nämlich diese Qualität, diese unglaubliche Qualität hier bei uns genießen zu können, das ist nicht selbstverständlich. Wenn du dir gleich das nächste Video anschaust, wirst du sehen, wie wir so ein Bestellkonto für dich einrichten können, damit du möglichst einfach und schnell die Öle in dein Leben holst.